Wir machen ein ganz kurzes Spiel. Du gibst mir deinen Armen und du sagst mir, welches Stück ich spiele, okay? Und nicht gucken. Hier spielst du was und ich rate. Und sie werden das etwas anderes? Ja, klar. Chopin? Nein. Das ganze Stück ist so in der rechten Hand. Das könnte ich auch spielen. Fast. Es ist Moonlight Sonata von Beethoven. Mondschein Sonate. So, jetzt musst du weitergehen. Pause ist vorbei. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du in diesem Ding hier gehst. Super. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schick. Wenn man das Publikum nicht sieht, dann kann man menschlich sein und einfach so tragen.